Okay, dahin ist auch schon unser nächster Gegner, der ist voll dir. Das wird jetzt richtig schwer, das wird richtig schwer. Halleluja, Freunde, willkommen zurück zu einem neuen Video! Und ja, heute spielen wir mal wieder Minecraft Ender Games und zwar mit dem Enderman-Kid, da man ja im letzten Video gesehen hat, was für ein unglaublich krasser Profi ich in Ender Games geworden bin. Ah, was geht jetzt los? Hilfe! Ähm, äh, die hast... Ja, okay. Äh, ich hab die jetzt... Wow, geil! Ey, Mann, ich glaub, seit 16 oder 18 hab ich nichts mehr Gescheites aus der Kiste bekommen. Das heißt dann ja wohl, dass ich das feiern muss? Okay, ich hab mir jetzt mal ein bisschen Rüstung gemacht. Der nächste Gegner ist 50 Blöcke entfernt, der ist da hinten. Ich hab den sonst mal nicht recht einfach bekommen. Okay, nice, haben wir den schon mal? Okay, er warst dumm. Achso, das ist immer, dass ich hochbaue. Ich hab mich gefragt, warum das nicht hochbauen wird. Okay, da ist unser nächster Gegner. Okay, nice, den haben wir auch schon. Die Runde läuft eigentlich voll gut. Ich wollte doch ganz kurz mal was ansprechen. Und zwar ist heute der 26.7. Und zwar hab ich ab dem 27.7. Ferien! Ja, ich hab morgen Sommerferien. Das heißt, ich werd versuchen, aktiv Videos zu bringen. Oh nein, nein, du willst uns jetzt nicht abstauben. Das ist nicht dein Ernst, Mann. Das ist nicht dein Ernst. Ey, nö, Alter. Das ist nicht dein Ernst. Das ist nicht dein Ernst. Ah! Nein, okay. Lol, nein. Ey, Junge, der wird mich töten. Der wird mich sowas von töten. Okay, warte, ich hab Schadens-Tränke. Ich kann die besiegen. So, das mach jetzt auch. Warte mal, nein. Nein, hinter mich ist ein... Ey, das ist doch nicht euer Ernst. Ah! Ich hab Angst. Ah! Das ist so knapp. Oh Gott, Junge. Ich hab ein Herz. Das ist nicht wahr. Das ist nicht wahr. Ich brauch irgendwas. Ich brauch... Ich hab keine Heilungsteine. Das ist... Ist euer Ernst? Ich muss jetzt den irgendwie kennen. Vielleicht hat er irgendwas Gutes. Ich bin low. Greif mich an. Wovor der mich tötet. Nein, Alter Junge. Ich werd gleich so krass abgestorbt. Okay, ich hab ihn mit... Nein, ich werd getötet. Ich hab ihn mit einem Schadens-Train getötet. Hilfe! Lass mich in Ruhe. Nein, das ist auch kein Heilungsteine. Ich bin so am Arsch. Ich bin so am Arsch, ne? Ja, ich wurde getauscht. Danke, Spiel. Danke. Okay, dann ist auch schon der nächste Gegner. Der ist voll dir. Das wird jetzt richtig schwer. Das wird richtig schwer. Was? Als hab ich ihn hab. Was war das? Der LOL. Ich muss alles seine Sachen holen. Ich muss alles seine Sachen holen. Okay, dann ist unser letzter Gegner. Den werd ich jetzt auch retten. Komm. Ja. Nice, okay, dann haben wir das Spiel gewonnen. Okay, aber Kängurufe. Es waren diese Runde ziemlich viele Kängurufe. Dann würde ich sagen, das war's vom Video. Lasst mal ein Like, denn wenn es euch gefallen hat. Ciao.